Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu den deutschsprachigen Nachrichten aus Ungarn. Mein Name ist Aaron Schmidt. Nach den heftigen Erdbeben in der Türkei am Montagmorgen bekundete Viktor Orban in einem Brief an das türkische Staatsoberhaupt sein Beileid und bot zugleich Hilfe an. Der Premierminister schrieb, Zitat, Mit großer Trauer habe ich von dem schweren Erdbeben in der südtürkischen Region erfahren. Ich möchte Ihnen versichern, dass Ungarn in diesem tragischen Moment der Türkei zur Seite steht. Das Erdbeben in der Türkei soll auch in der ungarischen Botschaft in Ankara gespürt worden sein, teilte der ungarische Außenminister mit. Peter Siad erklärte, das Ministerium habe bereits Ungarn, die sich in der Türkei aufhielten, darüber informiert, welche Gebiete des Landes sie nicht besuchen sollten. Nach Informationen der Regierung soll sich in der betroffenen Region aktuell ein ungarischer Staatsbürger aufhalten, mit dem Budapest in ständigem Kontakt stehe. Siadu ergänzte, ein 50-köpfiges Rettungsteam aus Ungarn sei bereits in die Katastrophenregion unterwegs. Beim Amtsbesuch der Staatspräsidentin in Nordmazedonien standen Themen wie der Ukraine-Krieg sowie die Stabilisierung des Westbalkans im Mittelpunkt der Gespräche. Kotelin Nowak erklärte, beide Seiten sprachen sich für eine sofortige Waffenruhe in der Ukraine sowie die Beschleunigung der EU-Integration Nordmazedoniens aus. Auch die Eindämmung der illegalen Migration liege im gemeinsamen Interesse der beiden Länder, so Nowak. Der Rakuzi-Verein startet auch dieses Jahr das sogenannte Diaspora-Programm für junge Auslandsumgarn zwischen 10 und 25 Jahren. Janusz Albert-Botapi sagte, Ziel des Programms sei es, die nationale Identität der Teilnehmer zu stärken. Laut dem Staatssekretär für Nationalpolitik sei es wichtig, dass Kinder und Jugendliche aus der ungarischen Diaspora nach Ungarn kämen, um die Landschaft, Geschichte und Kultur des Landes kennenzulernen, also Kenntnisse, die für sie bislang nur aus Familiengeschichten bekannt sei, so Potapi. Der Höhepunkt der Grippewelle in Ungarn sei für die kommenden Wochen zu erwarten, mein Gesundheitsexperten. Der Chefarzt des Zentralkrankenhauses Südpest erklärte gegenüber dem M1, die aktuelle Grippesaison habe früher begonnen und sei heftiger, hauptsächlich wegen der Ausgangssperren sowie dem Tragen von Masken in den letzten zwei Jahren. Janusz Slavik betonte, ein Großteil der Infizierten seien Kinder und zur meistgefährdeten Altersgruppe gehörten Kinder unter zwei Jahren. Sie sahen die Nachrichten aus Ungarn. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.